Guten Tag meine lieben Freunde, ich bin heute mal mit einer kleinen Bitte bei euch. Und zwar geht es um die Website von mir, die ihr hier unten findet unter Website zorglp.de. Das switchen wir jetzt einfach mal hin. Schwupp, da sind wir schon. Ihr seht schon, die ist noch nicht ganz fertig. Äh, das Problem ist zum einen, dass diese Bilder hier zu groß sind. Wenn ihr euch gut damit auskennt und mir helfen könnt, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Und dann, äh, klickt ihr mal in den Skype, Eddie, und dann müsst ihr mir da mal bei helfen, wie wir die kleiner kriegen, diese Vorschaubilder. Die sollen nur, was weiß ich, so groß werden oder so. Längst nicht so groß. Das nimmt ja die halbe Seite dann weg. Also, die sollen kleiner werden. Und, äh, Moment, das war jetzt falsch. Und der Text soll neben die Bilder nicht da drunter. Aber das kriegen wir bestimmt hin. Das nächste Problem, was ich habe, ist dann dieses hier. Und zwar, wenn man hier unten guckt, früher waren die Kommentare, dieses ganze Zeug hier, Name, E-Mail und sowas, war alles hier ganz unten. Das habe ich jetzt geändert, dass es hier oben steht. Nur das einziges Problem ist, alles ist prima. Nur dieser Post-Comment-Button, der soll hier drunter. Wenn ihr mir da helfen könnt, das wäre auch prima. Ich bedanke mich im Voraus für jeden, der mir dabei hilft, dass die Seite hier mal fertig wird und hoffe mal, dass, äh, ja, dass ihr das schafft. Ich glaube an euch, Leute. Äh, und dann noch was. Hier ist mein Impressum, wo auch meine Anschrift drin steht. Wie kriege ich es hin, dass man dieses Impressum nicht mehr bei YouTube, äh, bei Google findet, wenn ich hier nämlich eingebe. Zorg LP Impressum. Zack. Jetzt zeigt das wahrscheinlich nicht, ne? Moment, so, Julian. Dann sieht, dann kommt das Impressum, wenn man Zorg LP und Julian eingibt. Das will ich nicht. Das soll man nicht mehr sehen, das Impressum, auf Google. Wenn ihr wisst, wie das geht, dann sagt mir auch mal bitte Bescheid. Ich danke euch für eure Hilfe. Also jeder, der sich mit PHP, HTML und allem gut auskennt, der soll sich mal bitte bei mir melden. Und dann schauen wir da mal drüber. Wäre sehr freundlich von euch. Dann kommt, bekommt auch als Belohnung, was weiß ich, für einen Monat oder so in meine Subbox. Das können wir einrichten, das ist kein Problem. Dass ihr dann hier drin steht. Von mir aus auch ganz oben, mir ist das egal. Könnt ihr, als Belohnung ist dann ein Monat ganz oben in der Subbox. Okay? Wenn ihr es hinkriegt, dass das alles funktioniert. Und, nur so zur Info. Das neue Video lädt gerade hoch. Dieses Video hier, was ihr jetzt gerade anguckt, das ist zwar später erst da, aber, Part 21 lädt gerade hoch. Noch eine Minute. Freut euch mal. Tschüss, Leute.